. 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 Sie haben in einer Studie herausgefunden, dass ein routinierter Autofahrer alle 6-7 Sekunden in den Innenspiegel schaut. Was das genau ist, ist es ganz wichtig, dass du nicht nur im Innenspiegel schaust. Im Innenspiegel siehst du wirklich nur, was hinter dem Auto passiert. Dort vorne können wir, das gerade drüben, rechts abbiegen. Dann können wir Innenspiegel, Seiten, Spiegel, Seitenblick. Linker, dann müssen wir rechts ein wenig einspuren, um dann am Velofahren zu machen. Das darf ich aber nur, wenn es einen Velostreifen nicht hat, gehen wir gleich noch mal rechts. Ja, gehen wir gleich noch mal rechts auf den Vortplatz. Beim Velostreifen hat der Velofahren Vortritt, da darf man den Vortritt nicht wegnehmen. Also, jetzt gehen wir hier rückwärts, rechtwinklig einparkieren. Oder? Du musst nach vorne. Mhm. Zwei Meter Abstand, das haben wir. Und dann dritte Linie auf Schulterhöhe, dann losfahren und gleichmässig einlenken. Und dann können wir losfahren und gleich voll einlenken. Das ist perfekt. Du schaust noch in den Spiegel rechts, Spiegel links. Und vorne, da kannst du auch kommen. Perfekt, hey! Super! Das erste Mal perfekt rein! Jetzt, wenn du hier in den Innenspiegel schaust, dann schaust du eigentlich hinter dem Auto durch, was hinter dir passiert. Der Seitenspiegel ist also am Fahrzeugrand entlang nach hinten, bis zu einem gewissen Winkel nach raus, je nachdem wie gut oder wie schlecht dein Seitenspiegel eingestellt ist. Und dann haben wir den roten Bereich, das ist der tote Winkel. Und den siehst du natürlich nur, wenn du den Kopf zusätzlich trägst, dann nützt der Spiegel nichts. Das ist ja recht noch heiss, hey! Sagt ihr das, wenn wir nach vorne machen, machen jetzt recht oft die Kontrolle. Hey, macht Spass! Ja, Seitenspiegel, Seitenblick, hey? Ja, hat fast gegangen. Jetzt winkt er, jetzt tut er so. Danke. Aber der hat eben nicht geschaut, oder? Das ist genau das. So. Also. Was hast du super gemacht? Ja. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, dir auch einen schönen Tag. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao Tiziana. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank.